Alles aus, Trennung bei Emma Watson und LeCourt? Ist schon wieder alles vorbei, bevor es richtig begonnen hat? Harry Potter-Star Emma Watson, 28, soll seit sechs Monaten mit LeHorti-Court-O-Verstritt, 29, zusammen sein. Ein offizielles Liebesstart-Themen gab es bislang aber nicht. Und es scheint, als würde es dazu auch nicht kommen. Denn zwei Monate, nachdem die beiden beim Händchenhalten in Los Angeles von den Paparazzi erwischt wurden, sollen sie schon wieder getrennte Wege gehen. Das will die Sohn wissen und beruft sich auf einen Insel da. Emma und haben die Beziehung zuerst geheim gehalten, aber dann wurde es ernster zwischen den beiden. Sie haben eine Menge Zeit miteinander in Los Angeles verbracht und wurden vor ein paar Monaten ziemlich oft zusammen fotografiert, verriet die anonyme Quelle. Aber es habe einfach nicht geklappt und jetzt seien die beiden Schauspieler wieder Single. Beide sollen gleich virtuelle Nägel mit Köpfen gemacht haben und entfolgten sich auf den sozialen Netzwerken. Glaubt ihr wirklich, an den Gerüchten ist was dran? Stimmt ab! Glaubt ihr wirklich, erstmal rein! Untertitelung des ZDF, 2020